Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns mal einen SVS SB3000 an. Wie er so aufgebaut ist, welche Komponenten verbaut sind, welche Qualität diese Komponenten haben. Und los geht's. Schauen wir mal rein. Okay. Das erste ist die Schraube, womit der Woofer festgeschraubt wird. Die passt hier rein. Und wir haben hier auch hier relativ 19mm die Schallwand dick. Bei dem Gehäuse hier, wo er reingeschraubt ist. Ein bisschen steht es über. Ungefähr so 1,5 cm steht die Schraube über. Okay. Sie ist nicht hier, wie ich anfangs gedacht habe, verschraubt. Also ich hatte hier sein Gewinde drin im Woofer. Ich dachte, das wäre reingeschraubt. Nein, ist sie nicht, weil ich kann die Schraube quasi hier drin auch noch bewegen. Ist nicht festgeschraubt. Das ist ein altes Format, was hier verwendet wurde. 5 cm lang. Ist ein M4. Und wir haben hier, ob man es im Licht sehen kann, ein bisschen. Es ist das Vierkantformat gewählt worden. Also diese S-Bits vom NSD. Vorher NSD, die haben auch solche Schrauben drin. Nur der Schraubenkopf ist beim NSD etwas größer. Dann die Schraube für das Aktivmodul. Ist eine normale Holzschraube. Senkkopf sozusagen mit einem Inbus als Bit. Das nächste, der nächste Punkt, den ich immer anspreche und da, wo ich immer drauf aufpasse, ist, dass vernünftig ein Gitter verwendet wurde. Und zwar ein vernünftiges Lautsprecherabdeckung oder Lautsprechergitter, die den Lautsprecher auch vom Namen her vernünftig schützt. Denn dafür ist es ja eigentlich da. Meistens wird leider so ein dünner Stoff davor gehangen, was mit dem Schutz nicht wirklich zu tun hat, was nur ein bisschen Optik bringt. Aber hier hat SVS weiterhin vernünftig geklotzt und nicht gekleckert, wie bei der Pro-Serie oder bei den 2000 Editionen oder bei den neuen Tausender. Wir haben hier ein richtiges Gitter, wie aus der NSD-Serie vom NSD-Serie, vom NSD-Serie und auch vom 2000er. Ja, das Gitter ist allerdings jetzt natürlich was größer und wenn ich jetzt hier mal zeige, man kann es natürlich dann auch irgendwann durchdrücken. Es hat jetzt hier, ist jetzt links und rechts ja auch nicht eingefasst. Wenn das dann in diesen Gummimuffen drin sitzt, am Gehäuse, dann lässt es sich auch nicht mehr verbiegen so einfach. Das ist wirklich schönes, vernünftiges Lochblech sozusagen aus Stahlpulver beschichtet. Damit kann man auch schon mal ein anfahrendes Kind oder ein Haustier abhalten, was da vielleicht irgendwelche Spirenzchen machen möchte an dem Gerät. Steht da schließlich auf dem Fußboden, kommt ja eh daran. Das nächste, was wir uns ansehen, ist der Woofer. Da muss ich sagen, das Ding ist wirklich 10 Kilo schwer. Und das ist ein Paradebeispiel, wie ein Lautsprecher, ein Bass-Lautsprecher aussehen sollte eigentlich. Wir haben hier eine Preisklasse von 1500 Euro und da muss dann schon ein bisschen was kommen, würde ich mal so sagen. Ich hoffe, ich erwarte jetzt nicht zu viel. Aber das sind so die Sachen, wir schauen mal hier drüber und wir haben hier einen Aluminiumbruchskorb. Hier oben eine relativ dicke, dicke in dicken Bereich, wo der verschraubt ist und das sind genau 9 Millimeter. Dieser Kranz hier oben, der Ring, sehr dünnstegig und dafür aber vielrippig sozusagen. Hier unten bei der Zentrielspinne, die Stege, die Ärmchen dran und hier unten haben wir auch alles nochmal. Wir haben hier keinen, wie im neuen 2000er oder im 9000er haben wir, da haben wir einen Aluminiumring, also zum Drosseln der Magnetkräfte. Haben wir hier nicht, wir haben hier ganz normal, ich nehme mal die Tasche und habe die andere Hand, wir haben hier ganz normal eine 1,2 Millimeter dicke Polplatte oben. Und hier hinten haben wir eine 1,4 und eine Tiefziehung von 1,5 Zentimeter haben wir hier unten drunter. Keine Polkernbohrung, das ist nur so ein kleines Nupsi, aber das ist keine Polkernbohrung. Das Magnetsystem hat hier 1,75 Zentimeter, also 1,75, zweimal, also 3,5 Zentimeter haben wir hier permanenten Magnetsystem drauf. Fein, finde ich ist gut gemacht. Wenn ich jetzt hier mal reinleuchte, gucken wir mal die Schwingspule an. Belüftet ist das Ding ohne Ende, die wird nicht zu warm werden, aber wir haben hier nicht vierlagig, sondern die ist dreilagig meines Erachtens. Das ist eine 63er Spule und die hat einen sehr, sehr dünnen Draht. Gucken, ob ich noch ein bisschen näher rankomme. Also der ist jetzt ein bisschen Schatten reinbringen, dass man den Draht vielleicht besser sieht. Der ist wirklich relativ dünner, dünn gewickelt, das Ganze und es ist ein dünner Draht, sehr fein das Ganze. Jo, hier haben wir sogar noch einen zweiten Anschluss. Da könnte man sogar noch ein Doppelschwenkspulsystem draus bauen. Das sehen wir aber bei vielen, jetzt ab wo vor noch bei B&W und alles. Hier die Befestigung für noch ein zweites Anschlussterminal. Das zeige ich jetzt gleich mal hier. Das ist auch eine sehr coole Kiste. Hier hat man nämlich endlich mal aus der Ultraserie oder 4000er Serie, die die Ultraserie abgelöst hat, im 30 Zentimeter oder 13,5 Zentimeter Zollbereich. Wir haben hier vernünftige Push-Terminals mit angeschraubt. Die Litze ist eingewoben. Gucken wir hier mal rein von der Seite. Ein bisschen Licht dazu. Teil eingewoben. Wir haben hier oben auch die Belüftung hinter der Staubschutzkappe, die wir jetzt sehen können. Also hier ist wirklich an vielen Dingen richtig mitgedacht worden. Ja, wer hat mitgedacht? Das sehen wir hier. Wer hat es erfunden? Nein, das nicht. Aber wir haben hier wieder Timfani. T991 steht für Timfani. Wir haben hier ein Datum draufstehen. 2018. Deswegen die 1810 ist der Monat und 27 ist der Tag. Also Oktober 27 hat dieser Rufer das Licht der Welt erblickt. Oder das... Und 6 Ohm steht hier dran. Also nicht 4 Ohm, 6 Ohm. Ich habe gemessen, dass es 5,1 Ri ist. Also es wird ja beim Betrieb noch ein bisschen mehr werden. Ich finde es ein tolles Gerät. Zentrierspinne könnte etwas größer sein. Die ist jetzt nicht die breiteste. Könnte wirklich etwas größer sein. Man könnte auch davon ausgehen, hier ist vielleicht mal darüber nachgedacht worden, weil die so lang ist, der Spulenkörper. Ob hier vielleicht irgendwo mal eine Idee war, eine Doppelzentrierung einzubauen. Also hier ist noch ziemlich viel Platz, wo man hätte eventuell oben oder unten noch einen Zentimeter oder was Abstand noch eine Doppelzentrierung machen können. Ja, gehen wir mal hoch in die nächste Etage sozusagen. Das, was der Kunde eigentlich sieht. Und nur das, was der Kunde sieht. Der sieht eigentlich hier so einen 13,5 Zoll Rufer mit einer gespritzten Polypropylenmembran. Gucken wir mal rein, ob wir diese Spritzfäden sogar sehen. Ja, die sieht man hier so ein bisschen im Licht, im Kegel, wenn ich mal ein bisschen zur Seite gehe. Wir haben hier eine Staubschutzkappe, nicht inverse, also nicht nach innen, sondern ganz normal, mit einem schönen Logo drauf. Die ist Pappe, ist aus Pappe, die ist nicht Polypropylen und die ist getränkt oder lackiert, sagen wir mal so. Sie ist sehr gut verklebt. Ich gehe nochmal mit der Taschenlampe dran. Wir sehen hier auch wirklich überall gut Kleber drauf. Bei der Staubschutzkappe, die wird sich nicht lösen und wenn man mal rein müsste in den SAP, dann wird es wohl schwierig. Auch hier die, ich kann den Gummi nicht abziehen, hier oben an der Membran, der ist wirklich perfekt geklebt. Und was ich auch noch zeigen wollte, was ich richtig toll finde eigentlich bei dem Rufer, wir haben hier unten ein Logo draufstehen. Kann man nicht gut erkennen, ne? SVS. Und auch da oben ein Logo draufstehen. Und diese beiden Logos, die sind wirklich exakt übereinander mit der Schrift in der Mitte. Das ist mal eine große Hausnummer, würde ich sagen. Finde ich schön gemacht. Hier hat jemand auch beim Einsetzen sozusagen, beim Kleben der Sicke, Staubschutzkappe, das ist alles eins. Das hat hier jemand richtig gut gemacht. Hier ist kein Versatz drin. Schön, das ist auch mal was, wo man den SAP Wufer auch mal ohne Gitter, wenn man keine Kinder oder Tiere hat, ohne Gitter auch mal stehen lassen kann. Das sieht nicht hässlich aus, wenn dann irgendwelche Versätze drin sind in den Schriften. Das sieht immer ganz schlimm aus. Ja, die Sicke quasi, die geht hier über in den Korb. Das ist immer das Problem, gerade an den Aluminiumdruckkoskörben. Wie befestigt dann die Sicke? Bei SVS hatten wir ja Peerless Chassis früher gehabt. Und jetzt auch beim 2000er, also beim neuen 2000 Pro. Und bei dem alten 2000er haben wir die Peerless Chassis, die hatten ja nur so einen kleinen Ring an der Seite, der geklebt war. Hier haben wir jetzt wirklich eine richtig große Klebefläche und die ist wirklich perfekt geklebt. Ich komme hier auch gar nicht runter mit meinem Finger. Ich kann sie hier gar nicht anheben. Also hier der Kleber, der geht wirklich bis fast unter den Rand. Man sieht aber nichts. Also ich habe nirgendwo, komm Lampe, ich habe nirgendwo Klebereste gefunden, dass man sagen könnte, okay, hier ist nicht sauber gearbeitet worden. Aber egal, wohin ich den drehe, der ist wirklich tipptopp, wirklich tipptopp verarbeitet. Also ich kann hier nirgendwo meckern. Wir haben hier einen Woofer, der ist wirklich toll. Den haben sie richtig gut gemacht. Hier unten haben wir die Abdichtung drunter. Ganz normales, das ist ein ganz normales Band. Hier sieht man die Fuge noch. Ganz normales Klebeband, sagen wir mal so. Ja, da könnten sich auch einige Hersteller mal ein Beispiel dran nehmen, was so wie so ein Woofer eigentlich zu sein hat. Ich denke mal, der wird doch sehr gute T-Small-Parameter haben. Wir hatten 16 Hertz als minus 3 dB. Das ist schon, das ist schon wirklich richtig gut. Schauen wir mal uns das Gehäuse an. Das Gehäuse hat mich sehr, sehr abgeholt. Ich muss echt sagen, hier haben wir endlich mal ein Gehäuse in der normalen Preisklasse. Wobei, 1500 ist eigentlich nicht mehr eine normale Preisklasse. Aber den kann man unter 1000 Euro für 1000 Euro ungefähr gebraucht kaufen. Mit gut Garantie, mit Aussteifung drin. Hier gibt es wirklich eine 19mm dicke Aussteifung in dem Gerät. Ich nehme mal wieder mein Lämpchen zur Hand. So, und jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal an. Fangen wir an bei den Füßen. Ganz normale, die Teile, die kennen wir schon von allen SPS-Zackwofern. Die sind alt, die baut auch ein Randall ein. Ein ganz normales Einschraub-Mütterchen dazu. Das ist so das Mindeste eigentlich, was ich bei einem Subwoofer sehen würde wollen. Nicht irgendwelche aufgeklebten Gummifüße, weil die lassen mit der Zeit nach dieses Klebezeug, wie es leider bei Elag verwendet wird. Wir haben hier eine Beschichtung Black Ashes, eine Folie. Da gefällt mir zum Beispiel dieser Kleberand nicht, den es hier gibt. Aber das ist unten auf dem Gehäuse, kann man auch vernachlässigen und sagen, es ist wirklich nicht so wichtig. Was aber, wenn wir es dann von hinten ansehen, uns das typische SPS natürlich wieder zeigt, dass es da immer noch ein bisschen Probleme in der Verarbeitung gibt. Aber wir bleiben erst mal hier vorne. So, hier haben wir dann die Front. Die ist relativ dick mit 38 Millimetern und wir sehen auch hier, dass sie aufgedoppelt ist. Ich gehe mal mit der Tasche ein bisschen raus. Ich drehe es mal anders ins Licht, so, dass das Licht von der Seite kommt. Dann kann man auch hier wunderbar erkennen, dass wir einen 10 Millimeter haben. Und hier vorne wurde mal eine 28er Platte davor geklebt, dass wir auf die 38 kommen. Hier bleiben noch, wir können noch zusammen mal messen, hier bleiben noch wirklich viel gegenüber ein B&B. Oder eine Nubord, bleibt hier noch richtig viel Material übrig. Ich habe es mal angelegt. Kann man mal gucken. Also ich komme hier irgendwie 18 Millimeter, was hier noch übrig bleibt an Material. Für den Lautsprecher, wo der wirklich reingeschraubt wird. Und davor sieht es auch nicht wirklich schlecht aus. Da haben wir dann immer noch auch so ein... Na komm, so. Da haben wir dann immer noch auch irgendwas um die 18 Millimeter. Also das ist nicht schlecht, 2 x 18 Millimeter. Haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Ja, Einschlagmuttern. Und natürlich überall auch Keile drin. Oben und unten. Nochmal die Schallwand befestigt. Das ist immer mit der Taschenlampe, das ist immer so ein Problem. Ja, da. Also Keile sind genug überall drin. Auch hinten an der Schallwand. Was ich aber toll finde, ist diese Aussteifung hier. Die ist so ein bisschen wie bei Lack. Aber hier ist so ein... Hier wurde für den Magnet, wurde hier was ausgespart. Das heißt, man hat hier was reingefräst. Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Ich gehe mal mit der Taschenlampe so ein bisschen zur Seite. Da ist etwas ausgenommen worden. Und dann hat man hier so ein Dämpfungsband, so ein Sanitärklebeband, einseitig Klebeband draufgeklebt, wie man das für Lautsprecher nimmt, das Abdichtungsband. Ja, da hat sich mal jemand wirklich Gedanken gemacht. Ja, normaler Sono Filz hier drin. 4 cm getackert. Deswegen sind hier auch diese Einbuchtung von den Tackernadeln drin. Der ist nicht geklebt. Ansonsten ist das Gehäuse wirklich sauber verarbeitet. Es ist dicht. Es ist überall da, wo es hingehört. Mal Klebstoff gelandet. Also kann man echt, das ist eine Verarbeitung, die ist sehr gut. Hier vorne sieht man auch, dass die Folie geschnitten ist. Und dann wurde, bevor die foliert wurde, wurde hier mal mit einem Pinsel bisschen was schwarz gemacht. Dass, wenn ich jetzt den Woofer hier quasi drauf setze, hier nicht vorbeigucken kann. Zwischen Woofer und Gehäuse kann es in einen Millimeter geben, wo dann dieses helle MDF die MDF-Farbe durchguckt. Deswegen hat man es schwarz gemacht, damit man, wenn man da einen Abstand hätte von geringem Abstand, dass es nicht ganz so durchschimmert. Ja, die normalen Gumminippel, die wir hier haben, kann man auch abmachen. Die kann ich auch hier rausziehen. Die könnte ich jetzt hier auch rausziehen. Dann könnt ihr das Gehäuse auch lackieren oder neu verlieren. Ja, wir schauen mal hinten hin. So sieht das Ganze von hinten aus. Und hier fällt leider auch wieder ins Auge, dass wir hier ins Holz schrauben. Was ich nicht so schön finde, weil hier diese paar Dinger da für die Verschraubung, diese Einschraubmuttern oder ein... Na, das hätte man ruhig machen können. Aber naja, gerade, weil... Was geht am meisten kaputt? Aktivmodule. Das ist das Bauteil eigentlich, was zu über 90% an dem Subwoofer kaputt geht. Es geht nicht der Woofer kaputt oder sehr, sehr selten kaputt. Eigentlich gehen immer die Aktivmodule kaputt. Ja, und dann sehen wir hier auch die Folie, wie abgeschnitten wurde. Das kriegt sogar Velodyne besser hin. Die haben dieselbe Black Ash Folie. Auch diese Naht hier oben in der Mitte. Aber die haben das hier besser hin. Die kriegt gerade hier die Kanten. Das kriegt Velodyne deutlich besser hin. Ihr habt ja den DB15, Diplo15, eventuell den Test schon gesehen. Schaut ruhig in die Videos rein. Ich habe auch andere noch da, andere Subwoofer. So, dann haben wir hier überall in den... Ist die Aussteifung drin, diese Ecken, die das stützt nochmal mit. Auch hier oben, ganz klar. Und auch hier an den Seiten überall sind so die kleinen Ecken drin. Und natürlich auch unten an der Rückwand. Hier sind die Ecken drin. Also hier ist wirklich... Man sieht es dann auch im Buffertest. Das Gehäuse ist sehr, 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 sehr stabil. Also da... Für das Gewicht 10 Kilo. Wiegt das Gehäuse, hat eine Abmessung von 38 cm auf allen drei Kanten. Also auf allen drei Seiten 38 cm. Oder 38 cm und 35 mm. Also man sollte jetzt nicht auf dem... Also 38er Kanten messen. Sehr gelungen. Wenn jetzt hier noch die Verschraubungen drin wären, für das Aktivmodul... Bombe. Ich finde immer diese folierten Gehäuse, auch wenn sie in der Verarbeitung nicht so schön sind. Weil hier manchmal sich auch was löst an den Ecken. Finde ich dennoch besser. Weil sie gerade im Kinobereich nicht reflektieren. Man hat im Kinobereich meistens das Problem, wenn man da lackierte Gehäuse nimmt. Dass man die Subwoofer im dunklen Raum dann trotzdem sieht. Weil man irgendwo eine Reflektion rein bekommt. Und deswegen sind diese Sachen mit der Folierten, die Gehäuse mit den Folierten besser. Die sind wirklich besser. Okay, das Aktivmodul. Die letzte Komponente schauen wir uns auch noch an. Das Aktivmodul ist ein Modul, welches quasi Bluetooth gesteuert wird über die App. Und wir haben aber trotzdem hier oben noch die Einstellmöglichkeit Plus Minus. Und auch diese blaue Anzeige. Hier können wir die Auto On Off einstellen. Hier können wir das Volumen einstellen. Wenn wir da draufklicken, sind wir im Volumenmenü drin. Können wir über Plus Minus laut und leise stellen. Wir können den Low Pass über Plus Minus laut und leise stellen. Und die Phase können wir einstellen. Alle drei Sachen, die früher im Regler waren. Die früher hier Regler an der Seite waren. Bei den Subwoofern haben wir jetzt hier in 6 Tasten vereint. Man kann natürlich in der App noch viel mehr einstellen. Auch auf die DSP Frequenzen Einfluss nehmen und und und. Was die App nicht kann, ist das Einmessen. Also da hatte ich schon einige da gehabt. Die haben sich erkundigt nach diesem SFS in der App. Und die wollten immer, dass das Ding einmisst. Der SFS hat keine Einmessfunktion. Ja, hier oben haben wir einen Wireless Adapter. Dann haben wir hier ein Output. Der Output ist gefiltert bei 80 Hertz. Und hier unten haben wir den Eingang. Entweder LFE oder halt als Stereo. Ich schließe den immer mit 2 plus 6 dB. Es sind dann beide Anschlüsse. Wenn ich nur mit 0 dB reingehe, ist ein Anschluss. Und wenn ich eben sage, ich nehme ein NY-Kabel, gehe ich mit 2 in rein. Ist technisch vollkommen Wurst. Und was ich auch noch sagen wollte. Hier unten haben wir einen 3-poligen Stromanschluss. Da haben wir einen richtig schön vernünftigen Einschalter. Einen richtig breiten vor allen Dingen. Der man auch mit dicken Wurstfingern erwischt. Und dann haben wir hier auch einen schönen Anschluss. Zu erwähnen ist natürlich auch ein Trigger Anschluss. Das hat SVS Gott sei Dank immer drin. Auch BMW. Leider haben die anderen Hersteller es nicht. Arendl hat es nicht. Norbert hat es nicht. Velodyne hat es auch nicht mehr. Schade. Ja. Er lag auch nicht. Ja. Bluetooth gesteuert. Steht auch drauf. Schauen wir mal, was so an Komponenten verbaut ist. Wir haben hier ein Kabel wieder doppelt. Nämlich wir haben hier wieder gebrückt. Das ist ein Stecker mit 2 mal Plus, 2 mal Minus. Und die Endstufe wird am Lautsprecher gebrückt in dem Kabel. Hier ist ein Lötzinn drauf. Ich hätte es gerne gehabt, dass es nur ein Eingang verzinnt ist. Also hier nur ein Zentimeter und dann hinten nicht. Aber das ist auch egal. Muss nicht unbedingt sein. Denn wenn das nicht verzinnt wäre, findet es in den Push-Terminals, so heißen die Dinger, etwas besser Platz und rutscht nicht so einfach raus. Weil jetzt hart auf hart ist immer mit Rutschen. Aber die Spannung von diesen Push-Terminals ist schon sehr, sehr gut. Ja. Hier geht der Strom rein, zack, aufs Board drauf. Dann haben wir hier unten das Netzteil. Bis ungefähr hier hin ist das Netzteil. Hier ist die Übergabe dann an die Endstufe hier oben. Ja. Am Netzteil ist natürlich, also auf der gesamten Endstufe, ist relativ, ja nicht relativ, es ist schon verdammt viel von dieser Kontaktflüssigkeit verbaut worden, die vor Bewegung dieser Bauteile schützen soll. Ja, Mikrophobie das Thema. Hatten wir auch in anderen Videos schon. Ist nicht schön, weil wir haben hier kein eigenes Gehäuse für die Endstufe. Was auch was mit der Haltbarkeit zu tun hat. Denn diese Endstufen, gerade wie bei B&W, die halten wirklich 20, 25 Jahre, wenn die ein eigenes Gehäuse haben. Und wenn die eine Plastikkappe drüber haben, wie sie beim ASW 610 und beim ASW 608 gemacht wurde, oder beim ASW 300, dann sind die Dinger auch sehr, sehr gut haltbar. Ja, und man behilft sich dann mit dieser Flüssigkeit. Problem an diesen Sachen ist halt, wie ich auch schon oft gesagt habe, wer repariert mir das denn jetzt? Kein Mensch wird sich da hinstellen und das Zeug jetzt hier rauskratzen, um jetzt irgendwo hier dieses gelbe Nippel Ding zu ändern oder hier irgendwas auf dem Board jetzt auszulöten. Die werden das Ding in die Tonne schmeißen und sagen, hast du die 500 Euro für das aktive Modul jetzt wieder hinzulegen. Nur weil so vielleicht so ein 3 Euro Teilchen kaputt gegangen ist. Das finde ich nicht schön, ist nicht nachhaltig. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, weil auch hier stecken Rohstoffe drin. Okay. Jetzt habe ich die Taschenlampe verlegt. Genau. Da ist er. Schauen wir mal drauf. Was haben wir hier drauf? Wir haben 6 Elkos mit 560 zu 200 Volt. Und hier im Endstufensektor haben wir 1000 Mikrofarad zu 80 Volt. 80 Volt haben wir auch beim M-Randle drin. Nur der M-Randle hat eine ganze Ecke mehr Elkos, Elkokapazität drauf. Ihr könnt ja auch mal rechnen. Diese Silberspangen, die wir hier sehen, da sind die Leistungstransistoren drunter. Hier vom Netzteil in dem Bereich und hier oben haben wir die Endstufenleistungstransistoren. Die sind hier über das Blech auf die Endstufe drauf gegeben. Hier unten ist so ein Blech drin, wo man es erkennen kann. Noch ein bisschen kippen. Da ist die Endstufe, dieses Blech, wo die Energie quasi hinten auf die Endplatte, auf die Verschraubungsplatte von dem Endstufenmodul drauf geht. Die ist auch aus Aluminium. Diese große 4G-Platte dient dann als Kühlklopper. Ja. Hier oben haben wir das Display. Also Display würde ich es jetzt nicht nennen, diese Tasten, diese Eingabemöglichkeiten. Und hier unten sehen wir auch, das ist das DSP-Board, wo der DSP-Chip drauf ist. Und da haben wir auch drauf stehen, dass es ein SB3000 ist. Hier ist der DSP-Chip auf der Seite. Wieder zu finden. Da. Ja, das Board ist ja auch wie beim Laptop angeschlossen. Genau dieselben Anschlüsse, wie bei so mobilen Geräten. Und dann haben wir hier unten, steht irgendwas drauf. Genau die Firmware steht noch drauf. Und die Tests, die mit dem Modul alle schon durchgelaufen sind. Sonst haben wir hier keine großen Erkenntnisse, die wir rausziehen können. Hier oben haben wir noch was stehen. Ich nehme es mal zur Seite, vielleicht sieht man es da besser. Na ja, das macht die Kamera nicht scharf. Doch, hier 2018 steht drauf. Hier hinten September 14. Und hier hinten haben wir SB3000 stehen. Ich mache mal die Wärmeleitpaste ein bisschen weg. So, jetzt kann man es vielleicht noch besser lesen. SB3000. Ja. Und hier steht normalerweise auch T911 drunter. Also Timfani. Ich wusste auch nicht, dass Timfani inzwischen noch Verstärker herstellt. Aber es scheint so zu sein. Ist auf jeden Fall ein schönes Modul. 800 Watt Dauerleistung. Und Spitze steht auf der Homepage von 2000 plus. Also sollte das ja dann mehr als 2000 sein. Hohoho. Ist die große Frage. Gemessen habe ich es natürlich nicht. Da fehlt mir die Ausrüstung für. Aber ja, irgendwie habe ich den Eindruck, da kommt schon einiges raus. Verglichen mit dem SB2000, der nur 500 Watt hat. Was heißt nur, was vollkommen ausreicht normalerweise. Ja, wie klingt der SB3000 eigentlich? Nur mal ein kleiner paar Worte zum Klang. Also ich hatte ihn ja verglichen mit dem Deep Blue 15 von Velodyne und dem Elac Sub 2070. Da gibt es auch noch ein Video. Da ist der Velodyne leider nur ein Kinorufer. Der klickt in der Musik nicht so gut. Aber der SB3000 hat so ist so die Mittelklasse. Der also von dem Klang her ist eine Musik präzise. Nicht so präzise wie der Elac Sub 2070. Weil durch seine Impulskompensation und durch seine kleinen Chassis natürlich wesentlich schneller kommt. Wenn man Impuls kommt und zur Ruhe natürlich wieder kommt dieser Impuls. Aber der 3000er macht das richtig gut. Und verglichen dann der 3000er mit dem Arandle 1723 Sub 1. Oder Sub Wufa 1. Ist der 3000er wirklich deutlich tiefer und auch besser. Ich will den Arandle nicht schlecht machen. Aber der Arandle klingt so ein bisschen wie der BK Electronics XXLS 400. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. BK Electronics. Eine britische Firma, die das herstellt. Nehmen sich im Klang nicht viel. Okay. Also schaut euch gerne meine anderen Videos an. Die freuen sich auch. Da sind auch ein paar Sachen drin. Und sonst lasst ein Like da für das Video. Gerne natürlich ein Abo. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.